Ok, herzlich willkommen im Livestream zum Thema Covid-19. Wer zahlt eigentlich für diese Krise? Und herzlich willkommen auch an all die, die jetzt zu Hause vorm Laptop sitzen oder im Park vorm Smartphone. Mein Name ist Sabine Nuss, ich bin Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags und das ist hier eine Veranstaltung von sechs Kooperationspartnern, die ich jetzt nicht nenne, weil sonst würde das zu lange dauern, aber ihr könnt es in den Shownotes oder auf Facebook oder im Netz bei den Ankündigungen sehen. Und ich begrüße jetzt erstmal meinen Gast Stefan Kaufmann. Stefan Kaufmann arbeitet als Wirtschaftsjournalist für die Woche beim Neuen Deutschland und für die Frankfurter Rundschau, für die Gegenblende, das ist eine Gewerkschaftszeitung und für den Freitag und für viele andere Publikationen, unter anderem auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich möchte kurz erwähnen, dass ich mich persönlich ganz besonders freue, dass wir es geschafft haben, Stefan Kaufmann vor die Kamera zu zerren, weil Stefan normalerweise am liebsten schreibt und das auch viel und deshalb wenig Zeit hat. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir Stefan gewinnen konnten, hier uns ein bisschen jetzt was zu erzählen. Außerdem möchte ich gerne, wenn wir jetzt bei dem Thema Covid-19, wer zahlt für diese Krise, dann meinen wir natürlich, wenn wir jetzt so darüber sprechen, die Wirtschaftskrise im weitesten Sinne. Und zu diesem Thema Krise hat Stefan auch schon einiges gemacht in der Vergangenheit. Sehen wir jetzt mal ab von den ganzen journalistischen Beiträgen, die du gemacht hast. Wir hatten ja im Jahr, also ab 2010 etwa, die Euro-Krise. Das ist vielleicht noch den einen oder anderen in Erinnerung. Und im Zuge der Euro-Krise haben wir im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das hat meine Kollegin Antonella Mutsupapa organisiert, da haben wir Video-Seminare gemacht und auch kleine Bildungsbroschüren zu diesem Thema Euro-Krise. Und da hat Stefan auch zusammen mit Ingo Stützle, ein anderer Kollege, sehr basic die Zusammenhänge erklärt, wie diese Euro-Krise zustande gekommen ist. Und vor allen Dingen das Projekt Euro, was das eigentlich genau ist, wo da die Widersprüche drin sind, wie das dann eskalierte in der Krise. Und auch zu der Zeit gab es schon den berühmten Rettungsschirm. Und da ist auch erklärt worden, wer wird eigentlich gerettet. Dieses Material findet sich auf der Homepage der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber auch auf der Website von Stefan Kaufmann. Das heißt, ihr könnt eine Suchmaschine eurer Wahl anpiepsen sozusagen und einfach Stefan Kaufmann googeln und Euro-Krise, dann findet ihr das. Insofern ist das Material, deshalb empfehle ich das hier nochmal, zwar alt, aber nicht veraltet. Jetzt aber zum Jahr 2020, zum Hier und Heute und zu Covid-19. Wir stehen in oder unmittelbar bevor der größten Wirtschaftsrezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Die staatlichen Hilfsprogramme in der Corona-Krise erreichen unvorstellbare Dimensionen. Deutschland schnürt in der Corona-Krise das weltweit größte Rettungspaket. Das sind jetzt keine Worte von mir gewesen, sondern das ist sozusagen eine Kompilation aus den Tageszeitungen der letzten, ja, würde man sagen, drei, vier Wochen und soll nur illustrieren, mit welcher, also in welcher Situation wir uns wirtschaftlich gerade eigentlich befinden. Also es ist sozusagen, jeder Superlativ wird bemüht. Covid-19, wer zahlt denn für diese Krise? Das soll heute so ein bisschen das Thema sein und wir werden natürlich auch andere Fragestellungen, die irgendwie da andocken, beantworten oder diskutieren. Und ich würde jetzt als allererstes mal Stefan fragen, wie geht es dir eigentlich? Ist das krisenrelevant? Mir geht es gut. So gut, dass es mir gehen kann von der Kamera geht es mir gut. Stefan, ich habe dich im Vorfeld zu diesem Livestream gefragt, fühlst du dich vorbereitet auf heute? Und deine Antwort war, ich fühle mich vorbereitet durch das Leben. Und dann dachte ich, das ist eigentlich eine gute Antwort, weil du machst eigentlich seit 30 Jahren nichts anderes als darüber zu berichten, was in der Wirtschaft und in der Finanzmarktsphäre so los ist. Also besser vorbereitet kann man dann eigentlich auf dieses Thema gar nicht sein. Insofern fand ich das ganz passend und meiner Beobachtung nach, ich habe ja auch in den letzten Wochen sehr viele Interviews gehört und Radiosendungen zu diesem ganzen Thema und mir ist aufgefallen, dass die Journalistinnen und Journalisten immer wieder fragen, wenn sie jemanden interviewen aus der Wirtschaft oder aus der Finanzmarktsphäre oder aus dem Unternehmen, dann stellen die immer die Fragen, haben sie sowas schon mal erlebt? Und dann dachte ich, das mache ich jetzt auch. Stefan, hast du in deiner Laufbahn als Wirtschaftsjournalist so eine Sondersituation, sowas, was immer gesagt wird, das ist wirklich einzigartig, sowas gab es noch nie, hast du sowas schon mal erlebt? Na ja, zum einen ist es ja quasi statistisch belegt, dass ich sowas noch nicht erlebt habe, weil das ist ja die größte Krise seit den 30ern und so alt bin ich dann auch noch nicht. Insofern ist das schon beeindruckend, was wir gestern jetzt oder am Freitag gesehen haben, wenn dann innerhalb eines Monats in den USA die Arbeitslosigkeit von 4 auf 15 Prozent steigt, das ist schon, also sowas hat es schon noch nicht gegeben. Oder die deutsche Industrieproduktion innerhalb von zwei Wochen um ein Drittel weniger, das sind schon dolle Zahlen. Das sind aber allein die Zahlen, die zumindest in meinem Leben einzigartig sind. Was aber das jetzt für mich einzigartiger eigentlich macht, ist, alle Krisen, die ich bisher mitbekommen habe, so im Leben, Internetblase, Asienkrise, Russlandkrise, US-Hypothekenkrise oder so, die haben immer irgendwo am Bildschirm stattgefunden oder in den Nachrichten oder am Computer. Da sah man immer irgendwelche Börsenkurse abstürzen und aufgeregten Menschen, die das erklärt haben und einfach die Geschäfte zu. Also man geht auf die Straße, man kann sie richtig sehen. Das ist, das ist für mich neu, ist vielleicht aber auch ein Zeichen dafür, dass ich von den anderen Krisen nicht so betroffen gewesen bin. Also jemand, der in der US-Hypothekenkrise sein Haus verloren hat, der würde das wahrscheinlich anders sehen. Der hat gesagt, die konnte ich schon sehen, diese Krise oder Menschen, die nach der Agenda 2010 auf Hartz IV gesetzt wurden. Insofern ist diese Krise für mich neu, dass sie sich richtig sehen kann. Die Leute tragen Mundschutz, die Geschäfte sind zu und ich denke, wow, das habe ich noch nicht erlebt, ja. Okay, was würdest du sagen, ganz spontan, was sind so die drei, du kannst auch nur zwei oder nur eins sagen, aber was, ich habe mir jetzt die Zahl drei überlegt, was sind so die drei größten Unterschiede zwischen der jetzigen pandemiebedingten oder ausgelösten Wirtschaftskrise und der Krise 2008, die Finanzmarktkrise? Na, also was diese Krise besonders macht, nicht nur zur, wie du ja schon sagst, Finanzmarktkrise, sondern auch zu den Krisen, die ich bisher mitbekommen habe, ist einmal, dass sie irgendwie nicht vom Kapitalismus selbst produziert ist. Die Art und Weise, wie diese Krise jetzt abläuft, die ist eine die ist eine kapitalistische Krise, die ist auch, findet besonders statt in diesem besonderen, in dieser besonderen Wirtschaftsform, aber die ist quasi, normalerweise findet so eine Krise, die US-Hypothekenkrise auch, die finden ja immer statt irgendwo, eine Spekulation schief, irgendwo an den Finanzmärkten Absturz und dann triggelt das runter über das Kreditsystem auf die Unternehmen und dann gibt es auch Arbeitslose. In diesem Falle gibt es richtig so etwas wie einen exogenen Schock, es kommt richtig was von außen, also quasi der Kapitalismus hat die Krise nicht richtig selbst fabriziert, den Anlass und während in anderen Krisen es auch so meistens ist, dass meistens an den Finanzmärkten gibt es irgendeinen Absturz, da scheint die Arbeit immer als abhängige Variable der Finanzmärkte an der Stelle oder der Wirtschaft. In diesem Fall ist es genau umgekehrt. Die Leute sind krank oder sollen vor Krankheit geschützt werden, sie gehen nicht zur Arbeit, dann macht das Unternehmen keinen Umsatz und dann stürzen auch noch die Börsenkurse ab. Aber die Börsenkurse sind eigentlich schon, das interessiert schon fast keinen mehr. Sie sind gar nicht der Punkt, von dem alles anfängt. Und in diesem Fall jetzt sieht man auch die Abhängigkeit auch nicht nur dieses ganzen Wirtschaftssystems, sondern auch noch der wüstesten Derivate in den Finanzmärkten, die Abhängigkeit davon, dass die Leute einfach jeden Tag zur Arbeit gehen. Und wenn sie nicht zur Arbeit gehen, dann funktioniert alles nicht. Also insofern ist die Reihenfolge anders. Finanzmärkte, Unternehmen, Arbeitslose und die Leute gehen nicht zur Arbeit. Den Unternehmen geht es schlecht, die Finanzmärkte stürzen ab. Es ist umgedreht. Dadurch gibt es, finde ich, sie eigentlich ökonomisch auch nicht weiter, es gibt gar nicht so viel Erklärungsbedarf jetzt in dieser Krise, ökonomisch. Weil das ist ja völlig klar, die Leute gehen nicht arbeiten, das Unternehmen macht keinen Umsatz, Börse stürzt ab, was gibt es da groß zu erklären? Wenn ich mir vorstelle, in der US-Hypothekenkrise, was hat man nicht alles erklären müssen? Collateralized Debt Obligations und Credit Default Swap. Muss man das alles erklären und irgendwie sagen, wie kommt denn diese Krise zustande? In jedem Fall wird nicht gesprochen, was da erklärungsbedürftig ist, ist sowas wie R0. Aber das machen die Epidemiologen, ökonomisch ist da eigentlich nichts drin, also nichts groß zu erklären. Und was auch noch ganz interessant ist, ich bin jetzt wahrscheinlich schon bei Punkt 5, der Sie unterscheidet, ist, finde ich noch, das fiel mir gestern ein, dass es gibt ja absolut regelmäßig Krisen. Regelmäßig Krisen. Die Krisen kommen absolut regelmäßig, aber jedes Mal wird versucht, einen Schuldigen dafür zu finden. Das gibt es diesmal nicht so richtig, zumindest nicht von der Ökonomie. Man stellt sich vor, in den 70er Jahren Ölkrise, das waren die Ölscheiß, die uns anabgedreht haben, dann gab es die lateinamerikanische Schuldenkrise, da waren unsolide Regierungen an der Macht und das war dann deren Schuld. Dann gab es die Asienkrise, das lag daran, dass in Asien alles korrupt war. Russlandkrise, da war überhaupt die Sowjetunion dran schuld, ein Späterbe. Und dann gab es die Dotcom-Blase, da waren gewissenlose Internetunternehmer, die blauäugigen Anlegern Papiere angedreht haben. Dann eben die US-Hypothekenkrise, wo die Schuld dann eben bei den Bankern gelegen haben soll. Es wird immer versucht, irgendwelche Schuldigen zu finden, um das System in Schutz zu nehmen. Die Krisen finden zwar regelmäßig statt, aber präsentiert die dann eigentlich Schuld sein sollen, weil es nie am System liegen soll, sondern irgendwelchen Leuten, die was falsch gemacht haben oder Verbrecher waren. Diese Suche nach Schuldigen gibt es im Moment zumindest von der Ökonomie-Seite her nicht, eben weil die Krise gar nicht aus der Ökonomie selber kommt. Einschränken muss man jetzt sagen, die Suche nach den Schuldigen oder es werden schon Schuldige gefunden, aber nicht von der ökonomischen Seite her, sondern von der epidemiologischen Seite. Und das ist der Punkt, das prominent vertreten von Donald Trump, dass die Chinesen schuld seien an der ganzen Sache. Okay, also dieses Schuldthema, das wollte ich dich eigentlich auffragen, es passt jetzt aber besser als später, deshalb improvisiere ich jetzt einfach mal ein bisschen. Und zwar ist mir das auch aufgefallen, dass ganz oft jetzt immer betont wird, also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, dass man diese extrem verschuldeten Kommunen, die auf den Altschulden sitzen, dass man die jetzt mal entschulden könnte, weil die können ja nichts dafür oder dass man jetzt den Unternehmen allen erst mal Kredite gibt, weil die können ja nichts dafür. Also es gibt jetzt so einen umgekehrten Diskurs, das ist genau das, was du jetzt gerade sagst. Das ist jetzt sozusagen, oder auch bei den sogenannten umstrittenen Corona-Bonds wird gesagt, na diesmal werden wir jetzt nicht so streng sein mit den europäischen Ländern, weil die können ja gar nichts dafür. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn jetzt eine Krise ist oder ein Unternehmen pleite gegangen ist oder es jemand nicht geschafft hat, sich zu behaupten in diesem ökonomischen Wettbewerb, wenn das außerhalb dieser pandemiebedingten Krise ist, dann können sie was dafür. Das ist ja eigentlich die Botschaft, die wir hier die ganze Zeit kriegen in diesem Diskurs, dass man immer beschwichtigen sagt, die können nichts dafür. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil du gerade gesagt hast, in den vorhergehenden Krisen war das immer so, dass immer ein Schuldiger gefunden wurde. Das drückt sich da drin ja auch aus. Was würdest du denn sagen, wer ist denn schuld? Woran? An der Wirtschaftskrise. Wenn es jetzt nicht so ist, wie du gerade beschrieben hast, dass in den vergangenen Krisen, dann waren es mal die Ölscheiß, dann waren es mal die blauäugigen Anleger in der Dotcom-Krise, meinst du da? Dann waren es die faulen Griechen. Also das ist jetzt bitte in Anführungsstrichen zu verstehen. Ich vermute mal, du würdest denken, diese Personalisierung von Schuld in der Krise ist nicht der richtige Ansatz. Es ist immer die Frage nach der Schuld. Es muss sich entscheiden, will man Ursachen suchen oder Schuldige finden? Im Allgemeinen wird das eine durchs andere ersetzt, weil Ursachen sind oft kompliziert, Schuldige sind natürlich leichter gefunden. Außerdem passt das zur... Die herrschende Wirtschaftsform hat ja Regeln und sie hat eine Moral. Und die Regeln ist der Wettbewerb und das wird auch mal gesagt, es gibt den Wettbewerb und es wird auch mal gesagt, es ist gut, dass es den Wettbewerb gibt und selbstverständlich kennt jeder Wettbewerb Gewinner und Verlierer. Es gibt aber regelmäßig das Bedürfnis, diesen Verlierern die Schuld zu geben an ihrem Verlust, an ihrem Verlieren, eben um das System zu schützen, also um das System vor Kritik zu schützen. Diese beiden Sachen existieren immer nebeneinander. Dass auf der einen Seite gesagt wird, Wettbewerb ist wunderbar, weil da gibt es eben auch, da setzen sich die Starken durch und die Schwachen fallen halt unten runter. Dann gibt es schöpferische Zerstörung und das ist überhaupt ganz toll am Wettbewerb. Und wenn aber die Verluste zu hoch werden, und das dann durchaus marktgemäß abgewickelt wird, das ist nämlich immer in der Krise, in dem Moment, wo es zu viele Verlierer werden, sodass es das Gesamtsystem oder irgendetwas in der Gesellschaft schädigt, genau in dem Moment geht es von der Ursache, Markt, hin zu den Individualisierungen, zu den Personen, wo dann gesagt wird, das ist deren Schuld. Daran ist dann nie das System schuld, einfach dahinter steht die Idee, dieses System ist einfach prima. Nur dann, wenn es in die Grütze geht, dann muss irgendjemand entweder etwas falsch gemacht haben oder er war kriminell. Das sind die beiden Varianten. Entweder du hast einen Gangster oder du hast jemanden, der das System quasi missbraucht hat. Nochmal zurück zu der jetzigen Wirtschaftskrise. Im Moment und eigentlich auch schon von Anfang an ist in diesem, also regierungsseitig, aber auch in den Medien, eine Sprache verwandt worden, die sehr an Krieg erinnert. Also da wurde davon gesprochen, dass jetzt die Bazooka auf den Tisch gelegt wird. Scholz hat gesagt, also der Finanzminister Scholz hat gesagt, wir haben alle Waffen auf den Tisch gelegt. Es ist auch im Rahmen von den Konjunkturprogrammen oder von den Hilfsprogrammen, die regierungsseitig gerade aufgelegt worden sind, immer wieder und auch auf europäischer Ebene immer wieder das Wort Wiederaufbau, Wiederaufbauprogramm die Rede. Also es klingt ein bisschen so, als hätten wir, als wäre es so eine, ich will nicht sagen Krieg, aber so eine kriegsähnliche Situation. Es wird gesprochen von der Virus, es ist unser Gegner. Also das ist so ein bisschen die Rhetorik. Jetzt gucken wir uns mal an, man assoziiert ja ein bisschen damit Trümmerlandschaft. Also Krieg, Waffen, Bazooka, Trümmerlandschaft, Wiederaufbau. Diese Trümmerlandschaft zeigt sich jetzt aber nicht dadurch, dass wir draußen Trümmer liegen sehen. Jetzt frage ich mal, wenn du das beziffern oder benennen oder beschreiben kannst, was sind denn diese Trümmer? Welche Bereiche der Wirtschaft liegen in Trümmern? Also jetzt mal so, also welche liegen so, welche sind still? Ist das wirklich so viel? Also in Trümmern liegt erstmal ja gar nichts. Es ist ja alles noch da. Also der ganze materielle Reichtum, Fabriken, Maschinen, Rohstoffe und so weiter, ist alles noch da. Arbeitskräfte sind auch noch da. Was hier als Zerstörung dingfest gemacht wird, ist schlicht Wirtschaftsleistung, die nicht stattfindet. Wie viele Unternehmen wirklich derzeit oder kürzlich nicht arbeiten, weiß ich nicht genau. Da gibt es auch nur Schätzungen, was man sagen kann. Und nächste Woche wird die Zahl ja rauskommen für Deutschland, das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung im letzten Quartal. Da wird man wissen, wie viel Wirtschaftsleistung nicht stattgefunden hat, im Vergleich zu, was man gedacht hätte, was stattfinden wird. Oder ganz einfach gesagt, um wie viel die Wirtschaftsleistung zurückgegangen ist. Jetzt ist es natürlich eigenartig, etwas, das nicht stattfindet, als Zerstörung zu bezeichnen. Sodass man sich fragt, wo findet diese Zerstörung eigentlich statt? Zerstörung, dazu kann man verschiedene Sachen sagen. Eine Sache hast du, glaube ich, vergangene Woche in dieser Veranstaltung schon erklärt, ist, dass in einem System, in dem sozusagen das Movens, in dem es darauf ankommt, das permanent produziert wird und aller Reichtum davon abhängt, dass er wächst, in seinem System ist natürlich jedes Stück Wachstum, das nicht stattfindet, so gut wie Zerstörung. So, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Es findet gar keine materielle Zerstörung statt. Es wird aber durchaus davon gesprochen, dass etwas kaputt geht. Also auch unter Investmentbanken wird gesagt, es findet eine Zerstörung statt. Was da kaputt geht, sind die Bilanzen der Unternehmen. So, das wird gesagt, Balance Sheets are broken. Die Bilanzen sind kaputt gegangen, der Unternehmen. Und das heißt nichts anderes, als dass Unternehmen weniger Gewinn machen und weniger Umsatz machen. Also wahrscheinlich, was weiß ich, die deutschen großen Unternehmen, die machen jetzt dieses Jahr wahrscheinlich 10% weniger Umsatz und, was weiß ich, 20% weniger Gewinn. Sagen wir mal. Und im kapitalistischen Sinne ist das so gut wie Zerstörung. Das ist ganz eigenartig. Ich finde daran verschiedene Sachen eigenartig. Eine Sache, die ich daran eigenartig finde, also daher kommt ja auch dieses Ganze, dass der Lockdown jetzt unbedingt beendet werden muss. Weil Stillstand heißt nicht einfach nur, dass etwas nicht passiert oder dass vielleicht mal ein bisschen weniger produziert wird, sondern das bedeutet, dass hier richtig ein Ruin stattfindet, der Unternehmen, was auch wirklich wahr ist, das stimmt leider Gottes, der findet zwar nicht in den Produktionsanlagen statt, sondern in den Bilanzen, aber da findet er statt und da auf diese Zahlen kommt es an. Was sich auch dadurch kommt, auch so etwas mit dem, dass der Lockdown jetzt beendet werden muss, unbedingt schnell. Ich habe es gestern gelesen, ich glaube, bei der Finanzagentur Bloomberg, dass da stand, wir müssen, we have to find a balance between lives and livelihoods. Das kann man übersetzen mit, wir müssen jetzt beim Ende des Lockdowns einen Ausgleich finden zwischen dem Leben der Menschen und ihrem Lebensunterhalt. Sie dachte, wieso ist den Leuten das eigentlich total eingängig, dass der Lebensunterhalt es ganz offensichtlich erfordert, dass wir unser Leben riskieren. Angesichts dessen, dass die Welt so reich ist, wie welthistorisch noch überhaupt nie gewesen, scheint diese Form des Reichtums wirklich zu fordern, dass die Leute ihr Leben riskieren, weil diese Form des Reichtums gar nicht einfach da ist, sondern sich permanent verwerten muss und da ist so etwas wie 10 Prozent weniger eine schlichte Katastrophe, woran man übrigens auch, was ich auch merkwürdig finde, dass niemand oder wenig Leuten das so richtig, dass da niemand stutzt, wie prekär dieser Reichtum ist. Also ich meine, die Welt ist so reich wie nie und aber da wird mal ein Monat Pause gemacht und schon ist allgemeine Zerstörung angesagt und werden Marschallpläne gefordert und so weiter. Das finde ich eigenartig, auch wie wenig, wie nah das ist oder sagen wir so, dass der Unterschied zwischen Realwirtschaft, die produziert und Finanzmärkten gar nicht so groß ist, der Punkt von hier wird Reichtum produziert, hier ist er da und gleich ist er wieder weg, das geht bei der Realwirtschaft auch ganz schön schnell, weil die halt letztlich genauso kalkuliert, wie die Finanzmärkte, wie die an Leuten an Finanzmärkten auch. und übrigens, dass das 10 Prozent, sagen wir mal, 10 Prozent wäre schon eine Katastrophe, aber sagen wir mal 10 Prozent weniger Umsatz, dass dann gleich eine allgemeine Zerstörung da ist, da sieht man, wie empfindlich dieses Wirtschaftssystem ist, im Gegensatz dazu, wie umgegangen wird mit den Lebensgrundlagen der Menschen. Man sollte sich mal überlegen, wenn jemand seinen Job verliert und er das Glück hat, dass er Arbeitslosengeld kriegt, dann hat er gleich 40 Prozent seines Einkommens verloren. Also da werden die Lebensgrundlagen, also wovon sie leben, die Menschen, das wird wesentlich stärker strapaziert in so einem Fall. Ich meine 40 Prozent, das wäre mal eine Krise, aber der Kapitalismus hält nicht mal ein BIP-Minus von 5 Prozent aus. Was ich, an der Stelle muss ich auch noch mal kurz, was jetzt ja feststellbar ist in den letzten Tagen, ist, dass wir so eine Anrufung kriegen von allen Seiten, wir sollen konsumieren, 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 also auf verschiedenen Ebenen fordert zum Beispiel der Einzelhandelsverband, gebt jedem Bürger, jeder Bürgerin 500 Euro auf die Hand zum Konsumieren, dann ist ja diese Geschichte mit der Abwrackprämie oder mit den, also Kaufanreize sollen geschaffen werden. Und was ich gerade merke, ist, dass das so ein bisschen auf Irritation stößt bei den Leuten, gerade bei denen, die sich stark machen für Postwachstumsgesellschaften, für bewusste Konsumtion, für reduzierte Konsumtion, für Verzicht wegen des Klimawandels, steht das nicht im totalen Gegensatz dann eigentlich, also dass wir auf der einen Seite diese Wirtschaft unbedingt natürlich am Laufen halten müssen und retten müssen, weil da so viel vernichtet wird, andererseits aber sie nur retten können auf Kosten von Konsum, Konsum, Konsum. Ist das nicht ein ziemlich, also deutlicher Widerspruch? Ich sage jetzt noch was dazu, weil du denkst jetzt wahrscheinlich, klar, was soll ich jetzt sagen? Deshalb sage ich jetzt noch was dazu. Du hast recht. Es gibt durchaus Leute, die sagen, das ist aber doch unsere Wirtschaft. So ist sie doch. Also das ist unsere Wirtschaft. Natürlich. Also ganz natürlich. Und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her. Wenn das unsere Wirtschaft ist, muss da nicht eigentlich jeder sagen, aber ist das nicht ein bisschen, kann man nicht, sagen wir mal so, könnte man jetzt nicht die Gelegenheit ergreifen und sagen, dann konsumieren wir eben nur noch ökologische Sachen und gucken jetzt, verändern unser Konsumverhalten. Das gibt es ja jetzt ein bisschen, solche Umfragen, dass die Leute in der Corona-Krise anfangen, ihr Kaufverhalten zu überdenken. Das gibt Umfragen, wo sie irgendwie sagen, also ich habe jetzt irgendwie verstanden, ich brauche gar nicht so viel und nach der Krise werde ich irgendwie wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf achten, was ich kaufe und werde auch weniger kaufen. Also das ist jetzt irgendwie gerade ganz frisch, diese Umfragen, ist ja auch noch nicht so lange mit der Krise. Ist es aber nicht, wäre das nicht ein bisschen schlecht für die Wirtschaft, wenn alle Leute jetzt aus der Corona-Krise lernen, dass sie weniger konsumieren und wenn, dann auf die ökologische Konsumtion achten, nach dem, was du jetzt gesagt hast? Es ist interessant mit der Abwrackprämie. Die gab es ja 2008 oder 2009. Damals war der Klimadiskurs nicht so stark. Von daher, wie ist es damals, Konsum ankurbeln? Konsum ankurbeln hat dann mehr oder weniger gut geklappt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das eine andere Situation als jetzt, wo wir jetzt einen monatelangen Klimadiskurs gehabt haben und immer wieder gesagt wurde, wurde, wir müssen unser Leben ändern oder unsere Wirtschaft anders organisieren. Ich glaube, vorgestern war es auch in den Tagesthemen-Tagesschau, da hat auch der Kommentator gesagt, nach der Corona-Krise wird alles anders, wir werden nachhaltiger arbeiten müssen, wir werden unseren Konsum überdenken müssen und so weiter und so fort. Erst noch was am Festhalten, es wird oftmals gesagt, der Klimawandel sei ein Ergebnis unseres Konsums. Insofern sei unsere Unersättlichkeit mehr oder weniger Schuld daran, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt. Ich finde, man sieht ja an solchen Forderungen, wie jetzt, dass der Konsum angekurbelt werden muss, dass unabhängig davon, ob die Leute viel haben wollen, wenig haben wollen, was sie brauchen, was sie einkaufen, das System selber braucht diesen Konsum. Ich meine, der Konsum, der private Konsum sind 50, 60 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung, das ist also der wesentliche Brocken, das muss wachsen. Das muss wachsen, die Leute müssen einkaufen. Diesen Zwang gibt es getrennt von den Wünschen der Menschen und von den Konsumentscheidungen. Diesen Zwang gibt es und der verträgt sich tatsächlich nicht gut mit dem Klima. Das ist so. Wenn die Menschen jetzt alle nur noch klimafreundliche Produkte einkaufen und so weiter, theoretisch ist das denkbar. Theoretisch ist das denkbar, weil dem Kapitalismus ist es egal, ob klimafreundliche oder klimaschädliche Sachen gekauft werden, Hauptsache sie werden gekauft. Und dem Kapitalismus ist es egal, beruhen ja auch die meisten Hoffnungen, dass es so etwas wie ein grünes Wachstum geben könnte. Sofern es übrigens, es liegt ja nicht in der Macht der Konsumenten, festzulegen, wie etwas produziert wird und wie klimaschädlich es ist. Das machen die Unternehmen. Bevor wir jetzt dann endlich gleich... ...kommen, nämlich wer zahlt für diese Krise, wir hangeln uns da ja gerade so ein bisschen ran, möchte ich doch noch mal kurz fragen und auch ein bisschen besser verstehen, es ist ja jetzt einiges von den Regierungen in Deutschland am allermeisten vom Umfang her, wie wir gelernt haben, gemacht worden. Vielleicht kannst du mal ganz kurz schildern, welche Typ, also so eine Typologie, was da eigentlich alles jetzt gemacht wird und vielleicht gleich die Frage beantworten, ist mit diesen Mitteln, mit diesen Staatshilfen, was auch immer das jetzt für verschiedene Formen gibt, überhaupt das, was du beschrieben hast, was zerstört worden ist, zu retten oder ist das, also verstehst du, wie ich meine, kann das noch mal gerettet werden? Kann diese Zerstörung der Bilanzen, der Unternehmensbilanzen und der Einkommensverlust, den jetzt so viele Menschen erleiden müssen, kann das jemals aufgeholt werden? Na, was jetzt die Staaten da reinbuttern, was sie machen, was sie geben an direkten Transfers, die nicht zurückgezahlt werden müssen, was sie geben an Krediten zur Stützung der Unternehmen, was sie geben an Kurzarbeitergeld und an Bürgschaften und so weiter, diese ganzen Abermilliarden. Das heißt, nur übrigens festhalten, dass es fast komplett an die Unternehmen geht, also Unternehmen und Selbstständige. Unternehmen und Selbstständige sind die Zielgruppe für diese Hilfen. Es wird immer wieder gesagt, was kriegen denn die Arbeitnehmer? Die Arbeitnehmer kriegen doch das Kurzarbeitergeld. Das ist ganz interessant, wenn du auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums bist, da gibt es so eine Frage und Antwort und eine Frage ist da, was kriegen die Arbeitnehmer? Da steht das Kurzarbeitergeld. Dann steht da drunter, was kriegen die Arbeitgeber? Da steht das Kurzarbeitergeld. Da fragt man sich, wer kriegt es denn jetzt eigentlich? Also das Kurzarbeitergeld soll die eine Sache sein, die die Arbeitnehmer kriegen und dabei stimmt es doch überhaupt nicht. Die Arbeitnehmer kriegen, an die wird es ausgezahlt. Was das Kurzarbeitergeld ist, ist ein Lohnkostenzuschuss. Mit dem Kurzarbeitergeld übernimmt der Staat Lohnkosten der Unternehmen. Die werden dann an die Arbeitnehmer ausgezahlt. Das ist schon klar. Aber es ist was ganz anderes als sowas wie Arbeitslosenhilfe, wo ein Mensch keine Arbeit mehr hat und dann kriegt er einen Lebensunterhalt von der Arbeitslosenkasse ausgezahlt. Da zahlt die Kasse tatsächlich für den Lebensunterhalt des Menschen. Das Kurzarbeitergeld übernimmt Lohnkosten. Also man kann sagen, fast der ganze Packen geht alles an Unternehmen und Selbstständige, der da ausgezahlt wird. Und jetzt habe ich da eine Frage vergessen. Genau, das war ein bisschen, wer sozusagen der Empfänger ist, was es für verschiedene Formen gibt, der Kredit, weiß ich nicht, was es noch gab, Zuschüsse, die gar nicht zurückgezahlt werden müssen, gibt es ja auch. Für kleinere Unternehmen, bis so und so viele Leute, 5.000 Euro, dann diese 15.000 oder 10.000 Euro. Also es gibt ja so ein Programm, dieses Rettungspaket für Deutschland. Aber das, was du jetzt gesagt hast, das hat es mir eigentlich schon bei, ich wollte auch noch mal gucken, gibt es da drin irgendeine Bevorzugung? Also eine sichtbare? Wenn man es quasi nimmt an diesem Klassencharakter, an diesem Klassencharakter würde ich gar nicht sagen, die Ganzreichen kriegen so und so viele Milliarden, die Mittelreichen kriegen so und so viele Milliarden und so, sondern wenn man es quasi in dem, was man so als Klasse setzen kann, was da gerettet wird mit diesen Milliarden, sind die Unternehmen, das heißt das Vermögen der Eigentümer, das wird hier gerettet, das ist die Wirtschaft. Die Wirtschaft wird ja im Deutschen immer zweideutig, in zwei Sinnen, in zwei Formen verwendet dieser Ausdruck. Die eine ist die Wirtschaft als der Gesamtzusammenhang und im anderen Fall, wenn es heißt die Wirtschaft fordert Entlastung, weiß man genau, wer gemeint ist, nämlich die Unternehmen sind es nämlich eigentlich und in diesem Fall gerettet wird die Wirtschaft in Form der Unternehmen, das heißt in Form des Vermögens der Eigentümer dieser Unternehmen und auch wenn der letzte kleine Selbstständige seinen Zuschuss von 9.000 Euro kriegt, den er nicht zurückzahlen muss, auch dann darf er nicht einkaufen gehen, sondern das muss er in sein Unternehmen stecken. Für sein eigenes Leben muss er sich an den Sozialstaat wenden. Das übrigens ist dieses Notprogramm, was da aufgelegt worden ist, dient tatsächlich dazu, die Unternehmen zu retten und nicht die Menschen, weil die Menschen, insbesondere in Form der Arbeitnehmer, das Notprogramm gibt es ja schon. Das ist der Sozialstaat. Woran man erkennen kann, dass Arbeitnehmer in einer Dauerkrise leben, sozusagen zumindest in einer permanent möglichen Krise. Du hattest noch ursprünglich gefragt, geht das? Ist das alles zu retten? Das ist die heiße Frage, die keiner beantworten kann. Man kann so sagen, nach den Gesetzen der Marktwirtschaft, des Kapitalismus, so wie sie gelten, ist jetzt eine riesige Krise angesagt. Der Staat behandelt das mit seinen Unterstützungen als eine vorübergehende, temporäre Liquiditätsklemme, pumpt da Milliarden und Billionen rein und tut damit so, geht davon aus, seine Aktionen basieren darauf, dass das danach alles schon wieder gut wird. Das ist hier quasi, deswegen wird ja der größte Teil auch als Kredit vergeben. Ein Kredit ist ja quasi eine Überbrückung. Und ob es dann so sein wird, dass in einigen Monaten diese Wirtschaft nicht nur weiter genauso läuft wie vorher, sondern ob sie auch in der Lage sein wird, all diese Kredite zu bedienen. Ob quasi die Wirtschaftsleistung nur verschoben wird von jetzt auf morgen, das ist eine große, man kann es als eine große Spekulation bezeichnen. Aber das ist das, was ich glaube ich ein bisschen meinte, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wenn ein Unternehmen eine Kalkulation aufmacht, die ja immer darauf hinausläuft, ich investiere mit dem Zweck, dass das investierte Kapital sich vermehrt. Und ich kalkuliere das mit einem Umsatz, den ich machen möchte. Und wenn ich diesen Umsatz nicht erreiche, dann stehe ich ja am Ende mit einem gesunkenen Gewinn. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, in der Corona-Krise einen Monat Umsatz verloren habe, den kriege ich ja am Ende nicht nochmal rein. Es sei denn, ich verkaufe nach der Krise doppelt so viel Autos, sage ich jetzt mal, plötzlich. Oder ich verkaufe viel teurere Autos, also ich erhöhe die Preise. Also irgendwie muss ja das Verhältnis von eingesetztem Kapital und von erwartetem Gewinn oder prognostiziertem Gewinn, dieses Verhältnis muss ja wieder, das muss ja das Interesse der Unternehmen sein, das wieder gerade zu rücken. Und ich frage mich, ob das mit diesen Hilfsmitteln irgendwie machbar ist oder ob nicht die Unternehmen dann nach der Krise Methoden anwenden müssen, wo man dann sagt, am Ende zahlt da jemand dafür. Also das ist so ein bisschen die Frage, wenn diese Kredite müssen bedient werden und gleichzeitig muss aber auch versucht werden, diesen Verlust wieder auszugleichen, den man hatte in der Pause. Also es gibt ja irgendwie, Bofinger hat diese Situation, in der sich die Wirtschaft gerade befindet, Koma genannt. Ich selber, wenn ich mich mal mit, ich will mich nicht mit Bofinger vergleichen, aber ich hatte den Vergleich einer Pause eines Leichtathleten, der gerade nicht trainieren kann und in der Trainingspause einen Verlust, einen Potenzverlust erleidet, Muskelkraft und so weiter. Koma würde ja bedeuten, man schläft und dann macht man einfach so weiter, je nachdem. Und meine Frage ist, am Ende muss das doch irgendjemand wieder ausgleichen und wieder bezahlen, wenn der Gewinn beibehalten werden soll. Also das sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Wie kann das gehen? Und die andere Frage ist, helfen da diese Kredite überhaupt im Unternehmen? Oder sind diese Kredite nicht einfach nur ein, so ähnlich wie, dass die Regierung oder der Staat, die Wirtschaft jetzt für eine Weile lang an die Beatmungsmaschine legt? Okay, das ist jetzt ein bisschen ein blöder Vergleich, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Unterschied jetzt bei den Krediten, die jetzt ausgereicht werden an die Unternehmen. Die halten sie einfach liquide. Die halten sie jetzt am Leben. Was sie offensichtlich selbst nicht können. Die Frage, lässt sich so ein Geschäft dann hinterher nachholen? Da geht es natürlich um Konzernen wie, also da gibt es erst einen prinzipiellen Unterschied zwischen Unternehmen, die Waren herstellen und Dienstleistern. Dienstleistungen kannst du kaum nachholen. Also weniger. Also das ist die Sache. Also das ist ein typisches Bild dafür, sind die Gaststätten. Man geht nicht in einem Jahr doppelt so viel Bier trinken, wenn man vor... ...schneiden, weil man dreimal nicht da gewesen ist, sozusagen. So, also Dienstleistungen lassen sich halt... Also ich meine, es gibt andere Dienstleistungen, die lassen sich aufstehen, aber da gibt es einen prinzipiellen Unterschied. Und einem Unternehmen wie einem Autohersteller kann das natürlich gelingen, den Umsatz wieder aufzuholen. Das wird schon möglich sein. Ich glaube, deine Frage... Die Frage ist natürlich ein bisschen, was macht man mit den Unternehmen, die diesen Umsatz nicht aufholen können? Weiß ich auch nicht. Und muss am Ende nicht... Gibt es nicht irgendeine Form von verschärfter... ...verschärfter Situation, wo dann irgendjemand dafür zahlen muss? So wie du es jetzt formuliert hast, würde ich denken, du willst darauf hinaus, dass die Unternehmen dann quasi noch verschärft versuchen, ihren Profit zu maximieren. Ach, das haben sie vorher schon. Also das ist... Dazu brauchen sie keine Krise, um das zu machen. Insofern... Es ist... Ich glaube, ich... Also ich kann es nicht sagen und ich höre von Ökonomen auch nichts, was mich da restlos überzeugen würde in der Frage, kann das wieder aufgeholt werden? Das wird man sehen. Das wird man sehen. Das liegt halt gar nicht in der Hand des Staates. Der Staat kann nur diese Brücke bauen, die Brücke immer größer und immer länger machen. Erstmal, ob es dann diese Brücke ein anderes Ufer hat, das weiß man derzeit nicht und ich finde daran, also das ist immer mein Punkt, das ist das für ein Irrsinn, die bauen hier irgendwie Brücken und man weiß gar nicht, wo das andere Ufer ist. Also offensichtlich ist es so, dass die Menschen ihre Wirtschaft nicht im Griff haben. Also offensichtlich steht es nicht unter ihrer Kontrolle. Das wird der Markt dann zeigen. Es gibt verschiedene Modelle, es gibt Prognosen und so weiter, gibt es 5% minus 10% geht die Krise, ein Jahr geht sie zwei Jahre und so weiter und wer wird alles überleben? Ja, das wird man dann sehen, aber es ist etwas, was ich vorhin sagen wollte, die ganze Sache ist wahnsinnig prekär. Die ganze Sache ist wahnsinnig prekär und ich finde das eigentlich absurd, weil das ist etwas Wirtschaft, das ist etwas, was Menschen machen und dieses, was Menschen machen, nahmen sie anscheinend nicht in der Hand, tritt ihnen gegenüber als ein Dekonjunktur und sie können eigentlich nur die Daumen drücken. Ich meine, die Volkswirte sagen, sie wissen schon, was da los ist, aber wenn ich mir die Prognosen angucke, muss ich sagen, die Wirtschaft schrumpft zwischen 2 und 15%. Ja, das ist klar. Und zwar mit einer Sicherheit von 65,8%. Das sind auch so Behelfsmittel. Ich würde ganz gerne nochmal einen kurzen Sprung machen auf die europäische Ebene. Da gibt es ja auch Rettungspakete, da gibt es ja auch Hilfsprogramme, da gibt es vor allen Dingen viel Streit. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, bevor wir darüber in die Charakteristik dieser Rettung kommen, es gibt da ja auch, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass alles, was irgendwie mit europäischer Politik zu tun hat, sich dadurch auszeichnet, dass möglichst viele Abkürzungen verwendet werden, die irgendwie kein Mensch versteht, wenn er nicht sowieso ständig zu diesem Thema arbeitet oder damit zu tun hat. Da gibt es also ESM, das kennen wir schon aus der Euro-Krise, dann gibt es PEP und dann gibt es SURE. SURE hat mir besonders gut gefallen. Was ist das? Ich kann dir leider nicht sagen, wofür die Buchstaben stehen, aber das ist das Europäische Programm für Kurzarbeiter, für europäisches Kurzarbeitergeld. Ich glaube, das IMK der Böckler-Stiftung nannte das ein sogenanntes Trostpflaster. Das heißt, dort gibt es ähnliche Programme. Das Besondere auf der Ebene ist, und darauf möchte ich eigentlich jetzt erstmal nochmal kurz hinaus, dass da gerangelt wird untereinander. Insbesondere war der Streit um die sogenannten Corona-Bonds, die Nachfolger der Euro-Bonds. Da kannst du vielleicht mal kurz erklären, warum, was das genau ist und wieso die sich da hakeln. Und dann gibt es aber auch noch Streit darum, ob die Kreditmaßnahmen, also ob das, was da ausgegeben wird, was an Mittel verausgabt wird, ob das als Kredit ausgezahlt werden soll, oder ob das auch, wie jetzt auf nationaler Ebene, zumindest jetzt bei Deutschland, Geld ist, also Zuschuss oder etwas, was nicht zurückgezahlt werden muss. Das gibt es da ja auch. Aber die Euro-Bonds-Geschichte oder Corona-Bonds-Geschichte, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, warum sich da, was das genau ist. Ja, das ist ein Riesenfeld. Also das ist, sagen wir mal so, jetzt ist, das ist gar kein Neues, das ist gar nichts Neues in dieser Krise. ESM, weiß man, kommt ja auch aus der Euro-Krise. Also das sind alles Sachen, die gibt es schon eine ganze Weile. Prinzipiell in der letzten Krise, wie auch in der jetzigen Krise, ist es so, dass die Wirtschaft in die Krise gerät. Die, wie der Name Krise schon sagt. Und die Staaten, die Staaten versuchen dagegen anzugehen, mit eigenem, mit quasi, dass sie versuchen, diesen Ausfall der privaten Nachfrage zu kompensieren, teilzukompensieren, um Teile ihres Produktionspotenzials zu erhalten. Dieses Geld haben sie nicht, weil es ist ja Krise, also müssen sie es leihen. Wo leihen sich Staaten Geld? An den Finanzmärkten. Also von dem Ort, wo das globale Finanzkapital so ist. Das bedeutet, dass in einer Krise, wenn Staaten ein Rettungsprogramm auflegen wollen, dann machen sie dann das Schaulaufen vor den Finanzmärkten und sagen, leih mir Geld, leih mir Geld. Und die Finanzmärkte, oder die Akteure an den Finanzmärkten, muss dann jetzt alle Staaten durch danach, wie gut sie, ob sie diesen Staaten Geld leihen. Dabei, die Finanzmärkte sind wahnsinnig kompliziert, aber in dieser Frage sind sie total einfach, weil sie haben genau zwei Maßstäbe. Der eine Maßstab ist, wie riskant ist dieser Staat als Schuldner und wie viel Zins kriege ich dafür, wenn ich dem Geld leihen. Immer nach diesen beiden Maßstäben, Risiko und Rendite. So und vor diesem Maßstab der Finanzmärkte sagen alle Staaten so, leih mir Geld, leih mir Geld und dann gibt es Staaten, die stehen da schlecht da. Das sind die meisten Staaten der Welt. Also sieht man jetzt, also alle Staaten der Welt legen ja jetzt auch Rettungsprogramme auf oder wollen das zumindest. Irgendwie sowas wie 40, 50 davon sind ohnehin jetzt pleite. Also die müssen sich an den IWF entnehmen. 80, 90 haben sie sich an den IWF gewandt. Wenn sich so ein Staat an den internationalen Währungsfonds wendet, dann scheint das mit seiner Kreditwürdigkeit nicht mehr so richtig zu klappen, weil dann kriegt er nur noch politischen Kredit vom IWF an den Finanzmärkten, geht anscheinend nichts mehr so richtig. Also man muss sich, bevor man sich überlegt, wie es denn ist mit Europa, so erstmal in was für einer privilegierten Position die Europäer sind. Erstmal 90 Staaten der Welt kriegen sowieso nur noch von dem IWF Geld. Dann gibt es so Zwischenformen wie Südafrika, ist so in der Brasilien. Das sind so Staaten, die leihen sich jetzt auch Geld, kriegen das auch von den Finanzmärkten, müssen dafür aber teuer bezahlen. Erstens dadurch, dass ihre Währungen abstürzen und sie horrende Zinsen zahlen müssen. Ich glaube Südafrika jetzt 11, 12 Prozent oder so was Zinsen. So, Gegenstück dazu ist sowas wie die USA. Die USA machen dieses Jahr ein Defizit von, ich habe es gerade gelesen, 4 Billionen Dollar, 4.000 Milliarden, ein Defizit von 15 bis 20 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung, also das ist ein Irrsinnungsdinger, ist aber kein Problem. Die USA sind die Weltwirtschafts-Nummer 1, haben die Weltwährung-Nummer 1, den USA wird immer geliehen. Die USA kriegen von den Märkten immer Geld. So, und jetzt gibt es die Eurozone. Die Eurozone als Ganzes ist sehr kreditwürdig. Und weil der Euro ist die Weltwährung Nummer 2 nach dem Dollar und das ist der größte oder zweitgrößte Binnenmarkt der Welt. Die Eurozone als Ganzes ist sehr kreditwürdig, kann sich also billig verschulden. Das tut die Eurozone aber gar nicht, sondern in der Eurozone verschulden sich die einzelnen Staaten für sich, auf eigene Rechnung. Und da steht ein Land wie Deutschland gut da, das kriegt Leichtkredit von den Finanzmärkten zu geringen Zinsen oder derzeit zu gar keinen Zinsen mehr. Und da gibt es ein Land wie Italien, das steht schlechter da, weil es schon hohe Schulden hat und weil dessen Wirtschaft übrigens laut Ökonomen schon seit zehn Jahren im Koma liegt, was bloß heißt, dass die Wirtschaftsleistung nicht wächst. So, und in dieser Situation gibt es in Europa Forderungen, die Kreditwürdigkeit zu poolen, einen quasi gemeinsamen Kredit zu mobilisieren, meaning, dass man sich gemeinsam verschuldet. und das findet auf diversen Ebenen auch schon statt. Es gibt den Europäischen Rettungsfonds. Das ist ein gemeinsamer Fonds aller Euro- oder aller EU-Staaten. Ich weiß gar nicht, ob aller EU- oder aller Euro-Staaten, aber seitdem Großbritannien raus ist, spielt es auch keine Rolle mehr. Wo sie sich gemeinsam verschulden zu geringen Zinsen und dieses Geld dann an Euro-Staaten weitergeben, die in Problemen sind, die dadurch Zugang zu Krediten bekommen über diesen Euro-Rettungsschirm ESM. Jetzt wird allerdings auch gesagt, dass der zu klein ist. Sollte Italien jetzt in der aktuellen Situation in eine schwere Krise geraten, reicht das Geld nicht, was im Euro-Rettungsschirm, was im Schirm drin ist. Also schlechte Metapher. Also was in diesem Topf drin ist. Weil da sind nur 400, beziehungsweise nach der letzten Erhöhung 600 Milliarden drin. Das reicht nicht. Und daher gibt es jetzt folgende Überlegung. Man legt auch gemeinsame Anleihen auf. Also die Euro-Staaten als Ganze verschulden sich als Einheit, legen gemeinsam Schuldscheine auf, Anleihen auf, leihen sich dafür an den Finanzmärkten Geld zu geringen Zinsen. Und das geht dann eben an die Euro-Staaten, die es brauchen können. Ein Euro-Bond hätte übrigens auch folgenden Vorteil. Und ich glaube, das ist nämlich eigentlich der entscheidende Vorteil. Er verhindert die, also Euro-Bonds kann verhindert werden, dass die Finanzmärkte gegen Italien spekulieren. Wie funktioniert das? Das hat man in der Euro-Krise gesehen. Wenn Finanzmärkte gegen Italien spekulieren, dann läuft das einfach so ab, dass die Anleger ziehen ihr Geld aus italienischen Euro-Anleihen raus und tun es in deutsche Euro-Anleihen. Das ist ganz einfach möglich. Man bleibt sogar in der gleichen Währung. Wunderbar, kein Risiko. Sie flüchten also aus italienischen Papieren und gehen in deutsche Papiere und mit den entsprechenden Folgen. So kann man gegen Italien spekulieren. Mit einer gemeinsamen Anleihe geht das nicht mehr. Wenn Deutschland und Italien jetzt in der ganzen Eurozone ein einheitliches Papier auflegen, dann kann man mit dem nicht mehr gegen Italien für Deutschland spekulieren, sondern dann gibt es nur noch eins. Das ist eben der Streit darum ist, der Streit um die Euro-Bonds. Der Streit darum ist, dass die Bundesregierung auf dem Standpunkt steht, die Italiener sollten, jeder Staat sollte hier seine eigenen Schulden machen und für seine eigenen Schulden haften. Es gibt in der Bundesregierung die Haltung, die auch in den EU-Verträgen halbwegs festgelegt ist, dass hier jeder Staat für sich selber haftet. Also andere Staaten, einzelne Euro-Staaten wie Deutschland oder sagen wir das, die starken Euro-Staaten nicht für die Schwachen haften. Das möchte man nicht. Dieses Prinzip ist zwar schon aufgegeben worden, aber das möchte man nicht ausweiten. Die Italiener, die italienische Regierung möchte diese Euro-Anleihen natürlich gerne haben, weil sie ihnen einen sicheren, preisgünstigen Zugang zu Krediten bietet. So stehen sich diese beiden Seiten gegenüber. Die italienische Regierung möchte gerne diesen Zugang zu billigen Krediten und möchte dadurch ihre Kreditwürdigkeit stärken. Die Bundesregierung sagt, damit partizipiert ihr aber an meiner Kreditwürdigkeit und das lasse ich so einfach nicht zu, sondern nur unter Bedingungen. Und jetzt geht der Streit um die Bedingungen und dieser ganze wunderbare Streit wird abgehandelt unter dem schönen Titel Solidarität. Das ist die europäische Solidarität, von der wir immer hören. Jetzt ist leider unvermeidlich, ganz kurz aber nur, weil das war explizit von den, von ein oder zwei Menschen, die mich angeschrieben haben, die bitte, dass du ganz kurz nochmal erklärst, warum hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gerade gesagt, das, was die EZB da schon 2015 da gemacht hat, mit diesen die ganze Zeit hier, die Anleihenaufkaufprogramme, das ist überhaupt nicht korrekt, weil das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, Staatsfinanzierung, das dürft ihr nicht. Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Bewertungen. Schäuble hat gesagt, das bringt den Euro in Gefahr. Andere haben gesagt, ach, das ist total irrelevant, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Das bedeutet nur einen höheren Dokumentationsaufwand der EZB. Und in zwischen diesen beiden Extrempolen vermutlich mal befindet sich wie immer irgendwo die Wahrheit. Aber was ich dich bitten würde, warum, also was ist da genau passiert? Und vor allen Dingen, wie kann ich denn sagen, ab wann fängt das, was die EZB macht, an, Staatsfinanzierung zu sein? Also das, wo ist da die, kann man das, also verstehst du meine Frage? Vielleicht begrenzt man das auf den Punkt, der gar nicht so strittig war, der aber der Interessante ist. Was tut die Europäische Zentralbank? Die Europäische Zentralbank tut das, was die Bank of Japan und die US-Zentralbank und die Bank of England auch tun. Sie kauft Anleihen der Staaten, auch des Privatsektors, aber jetzt nehmen wir nur mal die Anleihen, sie kauft quasi Schuldscheine von den Staaten. Das funktioniert folgendermaßen, dass ein Staat wie Deutschland oder Italien sich verschuldet. Er gibt eine Anleihe raus, kauft die Bank, die Bank gibt dem Staat die Millionen, jetzt hält die Bank die Staatsanleihe und die Bank kann diese Staatsanleihe jetzt an die Europäische Zentralbank weiterverkaufen. Dadurch, dass die Zentralbanken nicht nur in Europa, sondern auch in Japan und USA und anderswo sich hinstellen und sagen, ich kaufe in rauen Mengen diese staatlichen Schuldscheine, erhalten sie die Kreditwürdigkeit. dieser Staaten sorgen also dafür, dass diese Staaten sich zu geringen Zinsen jederzeit Geld leihen können, weil sie als Zentralbank kann Geld selbst schöpfen, als potenziell unbegrenzt zahlungsfähiger Käufer bereitstehen. Jetzt waren diese Kläger, die da geklagt haben von dem Bundesverfassungsgericht, die wissen ja auch, wogegen sie klagen. Die kommen attent aus dem Lager der Eurokritiker, also das Lager, das sowieso gegen den Euro ist. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass die gegen den Mechanismus klagen, der die Eurozone überhaupt zusammenhält seit zehn Jahren. Weil es ist die Europäische Zentralbank, die darüber, dass sie für die Staatsschulden der Eurozone gerade steht, die eine Eurokrise, eine weitere Eurokrise verhindert. Sie hat die letzte Eurokrise dadurch beendet und hält sie weiter quasi, hält die Eurozone dadurch stabil. Dagegen wendet sich das Bundes, das nicht das Bundesverfassungsgericht, dagegen wandten sich die Kläger. Die Kläger haben gesagt, wenn ein Staat sich verschuldet und die Zentralbank über verschiedene Ecken diese Anleihen aufkauft, dann ist das doch das Gleiche, wie wenn die Zentralbank einfach Geld drucken würde und es dem Finanzminister in die Hand drücken würde. Und das ist doch eine monetäre Staatsfinanzierung. Das ist verboten. Das ist auch tatsächlich verboten. Erst noch muss man sagen, ja, da haben Sie schon einen Punkt. Es ist, also meiner Ansicht nach, ist es das kleine schmutzige Geheimnis, dass das natürlich wahr ist. Obwohl das alle verbieten, das soll nicht sein, aber jeder Hansel an den Finanzmärkten weiß, dass dieses System in den USA, in Japan, in Großbritannien, in der Eurozone, dass das gesamte Finanzsystem darauf beruht, dass das seinen letzten Boden hat. Ich meine, auch in der Literatur werden Zentralbanken als Länder of Last Resort hingestellt, als die letzte Instanz, die Kredit gibt. Also insofern ist es von der Theorie her eh klar und aktuell seit der letzten Krise sowieso die ganze Zeit der Fall. Gut, aber jetzt ist es in der Eurozone aus verschiedenen Gründen verboten. Da tun sich die USA natürlich leichter, weil da ist das nicht verboten. Großbritannien auch nicht und in Japan auch nicht. Und ich glaube, dass die Zentralbanker in anderen Ländern der Welt sich nur an den Kopf fassen und sich fragen, was macht die Eurozone da eigentlich? Aber gut, in der Eurozone ist es verboten. Jetzt sagen die Kläger, das ist monetäre Staatsfinanzierung. Was sagt die EZB? Die EZB sagt, ich habe nur ein Mandat. Dieses Mandat heißt, ich muss die Inflation in der Eurozone bei knapp unter 2% halten. Für, um dieses Mandat zu erfüllen, muss ich diese Staatsanleihen kaufen. Wieso? Weil, indem ich diese Staatsanleihen kaufe, sinken die Zinsen. Indem die Zinsen sinken, werden Kredite billiger. Indem die Kredite billiger werden, werden Investitionen und Konsum gestärkt. Dadurch steigt, dadurch stärkt die Wirtschaftsleistung und dadurch geht auch die Inflation, wird angehoben. Folge davon ist natürlich sinkende Zinsen und ein Vorteil für die Staaten, dass sie weniger Zinsen zahlen müssen. Nebenfolge davon sind auch, dass die deutschen Sparer keine Erträge mehr auf ihr Erspartes kriegen. Nebenfolge davon ist auch eine Stärkung des Immobilienmarktes. Und nebenfolge davon, was die Kläger auch moniert haben, ist, dass hier durch das niedrige Zinsniveau Unternehmen an Kredit kommen, die eigentlich gar nicht lebensfähig sind. So, und zu all dem sagt die EZB, kann ja sein, aber um die Inflation zu steuern, muss ich diese Anleihen kaufen und alles weitere sind Nebenbedingungen, die halt damit einhergehen. So, und das Bundesverfassungsgericht musste jetzt quasi, zum einen muss es entscheiden, kauft die EZB jetzt Staatsanleihen, um dem Staat Zinskosten zu ersparen oder kauft sie Staatsanleihen, um die Inflation zu heben. Das ist eine Frage, die kann auch nicht mal ein Ökonom beantworten, weil die lässt sich nicht beantworten, weil es quasi auf das Motiv der Zentralbank zielt. Und wenn die Zentralbank sagt, ich mache das aber nur, um die Inflation zu steuern, dann kann kein Mensch sagen, was das eine ist oder was das andere ist. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, es liegt keine monetäre Staatsfinanzierung vor. Aber die EZB, und dann haben sie der Europäischen Zentralbank so ein bisschen noch ans Bein gepinkelt, sodass sie gesagt haben, es ist schon okay, was du machst, aber du hast es nicht ordentlich begründet. Also das Bundesverfassungsgericht hat quasi einen Vorbehalt, einen deutschen Vorbehalt geäußert, dem es gesagt hat, ich kann dir zwar nicht nachweisen, ich kann das noch nicht genau bestimmen, was du da machst, aber die Begründung, das einmal begründen musst du es schon noch. Ich möchte noch einmal, dass du noch einmal auf und ab läufst. Ich kann es noch nichts tun, aber das kann ich tun. Ja, okay. Es gibt jetzt einige, die sagen, angesichts dieser Kredite, 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 was jetzt alles aufgenommen wird und was jetzt alles getan wird, wir werden es mit einer riesigen, neuen Austeritätspolitik zu tun haben. Die wird kommen. Und Frau Merkel hat ja auch gesagt, wir werden uns auf massive Verteilungskämpfe einstellen müssen. Ich glaube, das Wort Kämpfe hat sie nicht gesagt, aber so etwas Ähnliches, Konflikt oder so. Gleichzeitig gibt es Ökonomen, die sagen, es gibt kein Problem. Wir machen eine erhöhte Neuverschuldung und diese Neuverschuldung kann ganz locker so aussehen, dass wir Anleihen ausgeben, 100 Jahre, im Moment ist der Zins so niedrig, gibt es sogar Negativzins. Es ist ja sogar so, dass man dafür Geld bezahlen muss, wenn man sich Geld leihen möchte, was ich persönlich ja echt total faszinierend finde. Und wenn man diese 100 Jahre Anleihen ausgibt, dann haben wir auch noch Inflation. Wenn wir das alles mal zusammenrechnen, dann müssen wir in 100 Jahren nur ein Drittel davon zurückzahlen und eigentlich muss der Steuerzahler nichts befürchten, es wird alles gar kein Problem sein. Also zahlt am Ende niemand großartig mehr, als jetzt sowieso schon da ist. Das sind ja zwei sehr widersprüchliche Aussagen und es gibt ja auch große Ängste bezüglich kommender Verteilungskämpfe. Was würdest du denn denken, wer hat denn da jetzt Recht? Wer zahlt denn das am Ende? Das fällt ein bisschen zurück auf die Frage, die du vorhin hattest, kann das alles aufgeholt werden? So, das ist erst mal die Frage, kann das alles, also gibt es ein Zurück zur Normalität? Eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich finde nur, dass die Frage überhaupt aufkommt, finde ich bemerkenswert. Aber gut. Und jetzt geht es um Szenarien. Alles Weitere sind Szenarien. So wie es aussieht, gibt es in Deutschland nicht so ein großes Problem, weil erstens die deutsche Staatsverschuldung, wenn sie so steigt, wie man im Moment glaubt, dann steigt sie eh nicht so stark. Dann ist im Moment 60 Prozent der Wirtschaftsleistung und steigt sie wieder auf 80 Prozent, ist man wieder da, wo man vor zehn Jahren war. So, zweitens, diese Staatsverschuldung steigt, ist ja egal, weil Zinsen sind eh niedrig. So, für den Moment ist das nicht wichtig. Wenn man 100-jährige Anleihen auflegt, dann findet genau das statt, was die von dir zitierten Ökonomen sagen, dann frisst die Inflation einen großen Teil, wenn die dann in 100 Jahren, im Jahr 2120, wer weiß, was da überhaupt los ist, ob es dann den Euro überhaupt noch gibt, so, wird man sehen. Das ist dann erst mal quasi gelagert. Das ist quasi erst mal gelagert. Die Kosten der Krise würden, in diesem Fall nimmt man das mal an, man nimmt eine 100-jährige Anleihe, das hat ja Charme, die kaufen ja irgendwelche Investoren und die haben dann diese 100-jährige Anleihe, kriegen dann über 100 Jahre einen lächerlichen Zins von einem Prozent, den frisst sowieso die Inflation auf und die zahlen quasi damit für die Krise und so. Und wenn in 100 Jahren refinanziert werden muss, also wenn in 100 Jahren diese Anleihe zurückgezahlt werden muss, dann ist real ohnehin nicht mehr so viel wert und dann, wie hoch die Zinsen dann sind, wird man sehen. Eine andere Variante, die ja auch immer wieder diskutiert wird, ist, genau, das sozusagen zu Deutschland. Italien steht da ganz anders da. Auf Italien kommen ganz andere Fragen zu, auf Portugal kommen andere Fragen zu, auf Griechenland und so weiter und so fort. Da laufen die Verteilungskämpfe ohnehin weiter. Aber wenn man es jetzt nur mal für Deutschland nimmt, für die Eurozone als Ganzes, gibt es ja auch die Überlegung, die Europäische Zentralbank kauft einfach alle, Staatsanleihen bei 50 Prozent davon auf und legt die still. So, die können ja sogar verzinst sein, diese Staatsanleihen. Von mir aus bringen die auch richtig Zinsen. Wenn die an die Europäische Zentralbank gehen und die tut die einfach in ihren Keller und kassiert jedes Jahr die Zinsen und wer kriegt die Zinsen? Die fließen ja sowieso wieder in die Regierung. Also das ist ja ein Kreislauf. Auch das wäre eine Möglichkeit, wie das, es gibt Techniken. Aber wenn ich mal kurz fragen darf, warum sagt dann die Bundeskanzlerin selbst, man muss sich auf Verteilungskämpfe einstellen. Und das klingt mir jetzt so ein bisschen so, auch bei den Ökonomen, die ich zitiert habe, als hätten wir gar nichts zu befürchten, als würden wir diese Krise unbeschadet überstehen. Du hast jetzt betont, das bezieht sich jetzt auch erst mal nur auf Deutschland. Aber nichtsdestotrotz scheint mir das selber auch so ein bisschen unwahrscheinlich, dass man da so unbeschadet rauskommt, im Sinne von, dass nicht doch später irgendwie die Leute, ich weiß nicht, was mit Lohnsenkung rechnen müssen, mit der Kürzung von Sozialausgaben, alles unter diesem Motto, hier Gürtel enger schnallen, wir haben alle gemeinsam jetzt durchgestanden, total toll diese Krise, ihr habt alle gut mitgemacht, aber jetzt müssen wir leider auch alle gemeinsam den Gürtel enger schnallen. Das scheint mir trotzdem doch ein realistisches Szenario zu sein, auch wenn nicht den Gedanken, dass wir in der EZB unten die Gelddruckmaschine haben und Geld einfach drucken können, mit den unterschiedlichsten Mechanismen, die es dann da gibt, auch eher verlockend scheint, aber dann doch unwahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich muss dir einerseits recht geben, es wäre doch ein Wunder, wenn man eine kapitalistische Krise hätte und die ließe sich einfach durch eine geschickte Finanztechnik aus. Also es sind diese Träume, diese Träume, die es dann immer wieder gibt, die sagen, das ist alles, das wäre quasi wie die Aussage bei allen früheren Krisen, wo dann die Leute die Armen gezahlt haben und so weiter, die waren einfach nur zu blöd. Es gibt diese Techniken, was man mit diesen Schulden dann machen kann und wie man die stilllegen kann, aber irgendjemand zahlt am Ende. Irgendjemand zahlt am Ende und in diesem Beispiel, was wir gerade eben hatten mit dieser 100-jährigen Anleihe, zahlen die Investoren. Ich fände es auch ein Wunder, wenn für diese Krise wirklich die Investoren zahlen würden, weil das wäre gänzlich ungewöhnlich, wenn das so wäre. Normalerweise sind das andere. Und ob es jetzt die große Austerität gibt, das hängt extrem davon ab, wie schwer die Krise wird. Man kann nur festhalten, ich wäre natürlich auch immer dafür, dass die Vermögenden sollen zahlen und die Armen sollen nicht zahlen, nicht nur, weil die Armen weniger haben und die Vermögenden viel, sondern weil das Vermögen der Vermögenden ihr pures Vermögen ist, von dem sie gar nicht unbedingt leben müssen. Und die Armen, und je ärmer sie sind, umso eher trifft das direkt ihren Lebensunterhalt. Das ist halt der Unterschied, ob du halt Geld hast, das du investiert hast oder ob du Geld hast, von dem du lebst. Und ich würde sagen, solange es Geld ist, das du investiert hast, quasi das du über deinen Konsum hinaus brauchst, einfach, weil es deinen Reichtum ausmacht, der wachsen soll, würde ich sagen, das ist doch eine belastbare Größe. Problem dabei, das ist genau die Größe, von der das ganze Wirtschaftswachstum abhängt. Weil letztlich, letztlich ist im Kapitalismus das Wirtschaftswachstum, das Movens, der Motor ist, dieser von dir vorhin beschriebene Mechanismus, ein Unternehmen investiert, eine Million, um 1,5 Millionen zurückzukriegen und dann wieder 1,5 Millionen zu investieren, um 2 Millionen zurückzukriegen. Das ganze Movens, dieses Wirtschaftssystems, liegt daran, dass private Geldvermögen oder private Vermögen wachsen. Dieses Movens, das ist der Motor für das ganze Wirtschaftswachstum und an diesem Wirtschaftswachstum bedient sich der Staat für alles Weitere. Insofern können die Vermögenden immer sagen, alles hängt an mir. Du kannst jetzt versuchen, mein Vermögen zu beschneiden, sei dir aber der Tatsache bewusst, dass vom Wachstum meines Vermögens alles abhängt. Arbeitsplätze, Investitionen, Steuern und so weiter und so fort. Und wenn jetzt, ich weiß nicht, es gibt ja immer Ökonomen, die sagen, man könnte doch die Vermögen einfach ganz viel wegnehmen, weil es ist doch egal, ob die Vermögen in das Geld haben oder der Staat, es ist doch alles ein Wirtschaftskreislauf. Ich finde das immer so ein bisschen komisch, von der Seite her, wenn man sagt, das ist doch alles Nachfrage, es ist doch egal, wer sie hat, könnte man auch gleich sagen, erhöhen wir doch mal die Löhne um 80 Prozent, ist doch egal, ist doch ein Kreislauf. Oder bestäuern wir die Unternehmen mit 100 Prozent, ist doch ein Kreislauf, ist doch egal, irgendwer hat es doch immer. Also, dass es ganz so nicht sein kann, sieht man halt auch. Genau. Das ist aber gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich habe übrigens nicht, dass ihr jetzt nervös werdet, nochmal mit der Technik, bei der ich mich jetzt nochmal recht herzlich bedanken möchte, weil das sind ja eigentlich die systemrelevanten für solche Veranstaltungen, sagen, dass ich noch zwei Fragen Zeit habe, aber die ganz kurz sind und auch deine Antwort dann ganz kurz, dann kommen wir nämlich schon zum Ende. Du hast jetzt schon die Antwort gegeben auf die Frage einer Zuschauerin, die mir im Vorfeld die Frage für dich gestellt hat, können wir nicht eine Luxussteuer, eine Megamäßige einführen oder so? Das war jetzt schon so ein bisschen drin in deiner Antwort gerade. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil eine Luxussteuer scheint sich zu beziehen auf den Konsum der Reichen. Das ist eine belastbarere Größe als quasi der sich verwertende Reichtum, die Investitionen quasi, dass das für Investitionen da ist. Der Konsum, ja genau, das ist glaube ich eine belastbarere Größe. Okay, dann könnten wir sagen, dass wir Yachten mit einer höheren Steuer belegen und ich bin so wenig mit Luxuskonsum beschäftigt, dass mir jetzt kein weiteres Beispiel mehr einfällt, ehrlich gesagt. Okay, gut, Luxussteuer wäre eine Möglichkeit, ob man da so viel Geld einnehmen würde als Staat, weiß man nicht so genau. Geldrucken, was ja so mein Traum immer ist, die Geldruckmaschine anschmeißen, ist wahrscheinlich auch interessenabhängig und ganz viele Ökonomen würden dann mit Inflation kommen, auch nicht so eine gute Lösung, weiß ich nicht. Ich habe jetzt verstanden, man kann jetzt im Moment auch noch nicht so richtig viel sagen über den weiteren Verlauf, weil wir auch noch gar nicht wissen, wie lange diese Krise anhalten wird. Ja, also wenn das jetzt alles mit diesem Lockdown möglicherweise noch mal zurückkommt, dann ist ja sowieso alles anders. Zwei Fragen noch. Das eine ist, du hast jetzt immer davon gesprochen und es ist auch im öffentlichen Diskurs ständig Thema Staatsverschuldung, Staatsverschuldung, Staatsanleihen ausgeben und Schuldscheine verkaufen und auf irgendeine Art und Weise muss es doch auf dem Gegenüber die Seite geben, die das Geld hat, das alles zu leihen. Wer leiht denn eigentlich den Staaten diese Milliarden, Billionen Euro? Wer ist denn das eigentlich? Wer sind denn diese Gläubiger, die dann tatsächlich die Investoren auch sind, die sich beteiligen an der Krise, wenn sie Negativzinsen zahlen müssen, wenn sie so eine Staatsanleihen, wer ist das? Na, das sind all die, die Geld anlegen. Reiche Privatpersonen oder zum größten Teil sind das die sogenannten institutionellen Anleger, also Versicherungen, Pensionsfonds, Investmentfonds und so weiter, die aber selber nur Kapitalsammelstellen sind. Also in so einer Versicherung steckt ja dann auch mein Geld, also meine Lebensversicherung sozusagen, die kauft ja auch Anleihen, die musst du Anleihen kaufen. Meine Riester-Rente auch. Also dann bin ich das selber. Also das sind ja dann auch die berühmten Sparer, die keine Zinsen mehr kriegen, aber eben auch das große Geld. Das ist das große wie das kleine Geld, das sich diese Anleihen zulegt. Warum kaufen die zu negativen Zinsen? Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist Anleger, also auch warum machen Profi-Anleger das? Warum kaufen die, und das sind ja keine Deppen, die Investmentfondsmanager, warum machen die das? Gefallen tut sie ihnen auch nicht? Es ist immer nur die Frage, gibt es eine Alternative? So, was könnte so ein Geldanleger machen? Geht er in Aktien? Risiko. Geht er in Anleihen von Unternehmen? Höheres Risiko. Geht er in US-Staatsanleihen? Währungsrisiko. Andere Währung. So, es fehlt schlicht an Alternativen. Der Boden der Finanzmärkte, die Finanzmärkte spekulieren zwar gerne, aber sie haben einen festen Boden, und dieser feste Boden besteht aus Staatsanleihen, und die müssen sie haben als das Letzte, was es an wirklicher Sicherheit gibt. Insbesondere jetzt deutsche Staatsanleihen. Und dann sind sie, dadurch, dass es einen negativen Zins gibt, offensichtlich bereit, dafür zu zahlen, um ihr Geld ein Stück weit in Sicherheit zu bringen. Das ist weniger verwunderlich im Sinne von, warum tun die das, sondern es ist ein Zeichen dafür, was los ist auf der Welt, und zwar schon lange. Wenn eine sichere Geldanlage keinen Zins mehr bringt, dann ist die Aussage, Sicherheit gibt es nicht mehr, und zwar schon länger nicht mehr, an den Finanzmärkten. Es gibt keine Sicherheit mehr. Und Risiko gibt auch nicht mehr viel Zins. So, aber das ist, das finde ich eigentlich, die wesentliche, das finde ich eine Aussage über das gesamte Finanzsystem, und eigentlich auch über die gesamte Wirtschaft seit zehn Jahren. Sicherheit existiert nicht mehr. Sicherer Zins sowieso nicht. Gut, weil du gerade selber von den Finanzmärkten sprichst, ich komme zur Schlussfrage, die du wahrscheinlich sehr kurz beantworten kannst. Was war denn in den letzten Tagen oder Wochen, wo du ja jeden Tag mit diesen Finanzmärkten und den ganzen Kurven beschäftigt bist, deine Lieblings-Corona-Meldung aus der Welt der Finanzen? Aus den Finanzmärkten habe ich nichts. Da gibt es wenig, nein, da gibt es Schreckliches, aber nichts Lustiges. Was ich ganz nett fand, ich wusste gar nicht, dass es diesen Laden noch gibt. Was mir immer gefallen hat, waren diese Retooling-Geschichten. Also so, dass die US-Regierung auf einmal General Motors sagt, das soll Beatmungsmaschinen herstellen. Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Oder Calvin Klein stellt Atemschutzmasken her und man denkt immer, wow, was könnten die alle produzieren, wenn man ihnen sagen würde, was sie produzieren sollen. Also wie gesagt, am Ende könnte General Motors saubere Autos produzieren. Könnte ja, wäre ja möglich. Oder VW. So, das sind immer, diese Geschichten haben mir immer gefallen, weil sie eine Ahnung davon geben, jetzt gibt es, nach kapitalistischen Maßstäben ist jetzt eine Riesenkrise angesagt. Der Staat mobilisiert über artistische Wege ganz viel Geld und gibt den Unternehmen das Geld, hält sie quasi damit am Laufen und sagt ihnen auch noch, was sie produzieren sollen. Jetzt mal so überspitzt gesagt, es gibt so eine Ahnung davon, was alles Mögliche wäre, wenn es nicht mehr immer zu einem Profit gehen würde, weil die Unternehmen könnten ja, die Unternehmen könnten ja. Und was da, was ich neben Hinsicht eine nette, eine schöne Meldung fand, war, dass Klosterfrau, es gab, ich kenne es noch aus den 70ern, nur da habe ich noch viel fern gesehen, als Kind, es gab Klosterfrau, Klosterfrau Melissengeist, ein damals gehandelt, als Heilmittel, gerne von älteren Menschen benutzt. Ich glaube, die heilende Wirkung bestand im Wesentlichen, aus dem Alkohol da drin war. Aber man trank das, man trank das so, weil es so ein Meldung ist, es ist so gut für den Körper und man konnte sich damit, glaube ich so, insbesondere ältere Menschen haben sich damit gerne einen angesüffelt und die haben umgestellt, haben Desinfektionsmittel hergestellt. Das habe ich gemocht, dass ich mir Klosterfrau Melissengeist gut erladen. Das ist mir auch noch von meiner Oma in Erinnerung. Klosterfrau Melissengeist und was man alles tun könnte. Genau. Ja, danke schön, Stefan. Erstmal, dass du hier jetzt so lange durchgehalten hast und uns ganz viel erzählt hast. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich fände es eigentlich auch schön, wenn wir sowas nochmal in der Richtung machen könnten, wenn die Corona-Krise vorbei ist, weil ich glaube, dass es wahrscheinlich einigen Zuschauerinnen und Zuschauern auch so ging wie mir. Ich hätte gerne öfter mal dazwischen eingehakt und nochmal nachgefragt und habe jetzt eigentlich auch noch ganz viele Fragen. Deshalb verhafte ich dich jetzt einfach mal und behaupte einfach mal, wir holen das nochmal nach oder machen nochmal einige weitere Veranstaltungen dann von Angesicht zu Angesicht mit dem Publikum. Das ist ja auch immer ein bisschen komisch, man spricht da in so eine Kamera und weiß gar nicht, was passiert dahinter. Wenn es irgendwelche Fragen, Literaturhinweise oder Wünsche oder was weiß ich noch gibt, dann könnt ihr auch gerne auf meinem Facebook-Account, biete ich jetzt einfach mal so an, in die Kommentare was reinschreiben. Ich gebe das dann weiter an Stefan. Stefan hat aber auch einen Facebook-Account, aber dann doch lieber an mich. Selten besucht. I get a message. Genau, ich bedanke mich fürs Zuhören und bedanke mich nochmal für die sehr wenigen Menschen hier im Studio und für die Arbeit von euch und bedanke mich vor allen Dingen bei Stefan. Und bei dir. Dankeschön. Tschüss. ... ... ... Vielen Dank.